Musik Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer kleinen Rückschau auf das C2C Festival 2020 in Berlin. Dieses fand vom 6. bis zum 8. März in und um die Venti Music Hall hier statt und ja, also wir haben es nicht bereut hierher zu fahren, es hat uns sehr sehr gut gefallen, vor allen Dingen mein Favorite, Darius Wacker, der am Samstag als Haupteck auftrat, war wirklich wieder super. Am Freitag war Haupteck Luke Holmes, auch der war wirklich richtig geil und hat die Halle zum Beben gebracht. Nicht ganz so gut gefallen hat mir Vorlug The Kerriac Free, also das ist Country, welches nicht so meins ist. Aber die Geschmäcker sind ja unterschiedlich und ich weiß, den einen oder der anderen von euch hat es sehr sehr gut gefallen, was die drei da auf die Bühne gebracht haben. Ja, am Sonntag war Haupteck Brad Young, konnten wir leider nicht gucken, weil wir schon gegen 4 Uhr im Zug sitzen mussten, um nach Hause zu kommen, weil wir am Montag wieder zur Arbeit mussten. Ja, was hat uns noch ganz gut gefallen? Es gab wieder ein Village vor der Venti Music Hall, hier konntet ihr essen, trinken, Merchandise kaufen. Ganz ganz neu dieses Jahr war eine Town Square Stage, das war ein Truck, der zu einer Bühne umfunktioniert wurde, wo unter anderem nicht so bekannte Künstler auftraten. Hier fand ich besonders gut Jake Morrell aus England, der wirklich sehr sehr gute Musik macht und den Link seines YouTube Channels blende ich euch später unter diesem Video hier ein. Ja, wen fanden wir noch so gut? Ich vergesse mal den Namen. Jimmy Allen, Jimmy Allen ist dann für Old Dominion eingesprungen, hat vor Darius Rucker richtig gut eingeheizt und macht richtig gute Musik und ist auch ein wirklich guter Entertainer. Ja, ansonsten würde ich sagen, beginnen möchte ich dieses Mal mit Darius Rucker und Wagon Wheel, welches ihr gleich im Anschluss meiner vielen Laberei sehen werdet. Und ja, in den nächsten Wochen gibt es dann immer mal wieder das ein oder andere Video von C2C. Wie ihr wisst, lade ich jeden Mittwoch hoch und ja, schaut auch am nächsten Mittwoch wieder vorbei. Und nun viel Spaß mit Darius Rucker und Wagon Wheel. Und nun viel Spaß mit Darius Rucker und Wagon Wheel. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018